Schönen guten Morgen Richard. Guten Morgen Markus. Und in alter schöner Beckenbauer Tradition würde man fast sagen, ist denn heute schon Ostern? Es ist schon wieder Ostern, Richard. Karfreitag. Karfreitag, ja. So vorstellbar, wie die Zeit vergeht. Das Karfreitagsgefühl. Ich kenne das noch, ja, ich kenne das Karfreitagsgefühl sehr gut aus meiner Kindheit, weil ich war Ostern ganz häufig bei meinen Großeltern, da war ich sehr, sehr gerne. Und nicht das Wichtigste, aber trotzdem gemerkt war, dass ich dort Fernsehen gucken durfte, was es bei uns zu Hause ja kaum gab. Und Karfreitag kam das langweiligste Programm, was man sich als Kind vorstellen konnte. Ja, weil nämlich ordentliche Kinder, so wie ich, waren am Karfreitag am Nachmittag in der Kirche. Und war das schön? Na, das war schon, nee, Karfreitag hatte sowas Deprimierendes und irgendwie. Sollte es ja irgendwie auch. Ja, genau. Und große Geschichte und so weiter. Und dann aber der Moment der Erlösung, ja, das ist ja das Schöne am Christentum. Es gibt immer dann ein gutes Ende Ostersonntag. Da ging dann wieder die Sonne auf und richtig viel Essen und alles, was man wollte und so weiter. Das war irgendwie schön. Also Ostern ist irgendwie unterm Strich für mich eine gute Zeit immer gewesen. Richard, ich weiß, dass du jemand bist, der sich ja auch für Bücher und so weiter mit Schule und der Frage, wie bilden wir unsere Kinder richtig aus, wahnsinnig viel beschäftigt hat. Und jetzt hatten wir gerade mal wieder Pisa-Schock. Ich lese unglaubliche Dinge aus diesem progressiven Schweden, ja, die hingehen und sagen, jetzt muss man mal ganz dringend die iPads alle wieder einsammeln und die mobilen Endgeräte. Ja, zurück zum Buch. Das hört der bücherschreibende Denker ja sehr, sehr gerne. Und ich lese von schwedischen Kindern, die dann das erste Mal in ihrem Leben Bücher ausgehändigt kriegen und dann mit den Fingern, ja, so mit Daumen und Zeigefinger, ne, nicht nur das, mit Daumen und Zeigefinger auf Abbildungen, auf Fotos in diesen Büchern drauf gehen und sie versuchen irgendwie zu vergrößern, was dann aber nicht funktioniert und völlig erstaunt sind und sagen auf die Frage, ob sie das denn jetzt gut finden, dass sie Bücher kriegen. Ja, also auf jeden Fall stürzt das System nicht so schnell ab. Und solche Dinge, das ist unglaublich. Komplett die Rolle rückwärts, Hintergrund. Reanalogisierung. Ja, Schweden hatte auch ziemlich maue Pisa-Ergebnisse. Wir hatten sie auch. Und in der Schule geht gerade, also weitestgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit, aber sehr wohl im Bewusstsein unserer Kinder und unserer Jugendlichen und auch vieler Eltern natürlich, eine Revolution vonstatten, von der ich das Gefühl habe, wir haben noch nicht mal im Ansatz begriffen, was das wirklich ist. Und das fängt mit so trivialen Dingen an, dass man sagen muss, die klassische Hausaufgabe gibt es nicht mehr. Wir haben uns quasi davon verabschiedet. Super. Ja, also ich kämpfe ja schon ewig für das Abschaffen der Hausaufgaben. Hausaufgaben sollten zu Recht auf Schulaufgaben halten. Also ich halte überhaupt nichts von Hausarbeiten und zwar aus dem Grund, weil sie das sozial Ungerechteste ist, was die Schule machen kann. Hier findet dann die Selektion der Elternhäusern statt. Du kriegst deine Hausaufgaben und du hast Eltern, die können dir nicht helfen oder wollen dir nicht helfen. Und du bist allein damit und das, was du in Mathe schon in der Schule nicht verstanden hast, verstehst du zu Hause erst recht nicht. Dann gibst du deine Hausarbeiten ab oder werden die kontrolliert und dann kriegst du schlechte Noten. Und dann gibt es andere Kinder, die kommen nach Hause, da wartet bereits der Mathelehrer oder die Mama oder Papa auf einen und tunet einen bis zum Gehtnichtmehr und lernt am besten noch gleich drei Lektionen vor. Das heißt also, Hausarbeiten sind unter Bebildungsforschern enorm unbeliebt, weil sie das größte soziale Selektionsinstrument in der Schule sind. Abgesehen davon, dass Hausarbeiten irgendwie keinen Spaß machen, weil Schule dauert ja meistens schon ziemlich lange und wenn du dann zu Hause immer länger und wenn du dann noch zu Hause mit dem Krempeln nicht fertig wirst und dass du den auch noch hast und so weiter. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, der sich an so Situationen erinnert, wie sich den Wecker nachts um drei stellen und dann nochmal so zwischen drei und halb vier oder sowas noch irgendwas dahin schmieren oder eine Stunde eher aufstehen und oft genug macht man es ja dann doch nicht und so. Den habe ich auch an so Klassenbuch einträge, Precht in der letzten Zeit sechsmal ohne Hausarbeiten. Also ich finde, das ist eine ganz großartige Nachricht. Also das Ende der Hausaufgaben ist großartig. Die Schule kann die Verantwortung nicht mehr an die Eltern delegieren, sondern alles muss in der Schule passieren. Finde ich gut. Bin ich auch nicht der Einzige. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Hausaufgaben-Fans bei Leuten, die sich professionell Gedanken über gute Bildung machen. Ich meine, das ist sozusagen prinzipiell schultheoretisch vielleicht das eine und psychologisch auch enorm wertvoll, wenn Kinder nicht mehr Hausaufgaben machen müssen. Aber der Grund, warum das alles passiert, das ist natürlich einer, den gab es bislang so noch nie. Ich habe dieser Tage einen Satz von Ulrike Kress gelesen, der Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien in Tübingen, die sagte, der Siegeszug von Chat-GPT im Unterricht ist nicht mehr aufzuhalten. Und es gibt jemanden wie Hendrik Haverkamp, Gymnasiallehrer, sagt, wir erleben, dass die DNA von Schule komplett durcheinandergewürfelt wird. Also mit anderen Worten, die Schule, die wir bisher kannten, gibt es nicht mehr. Da verändern sich sozusagen die kompletten Parameter. Großartig. Reformpädagogen und Bildungsforscher und all die Leute, die sich so kluge Gedanken machen, die konnten sich hundert Jahre lang eine blutige Nase holen dabei, die Schule besser zu machen. Und dann kommt eine neue Technik und die sorgt dafür, dass wir jetzt gezwungen sind, die Schule besser zu machen. So läuft es ja wahrscheinlich immer im Leben, aber ich freue mich darüber auch, selbst wenn es quasi durch die Hintertür kommt. Das gibt noch einen anderen, total interessanten Gedanken, den fand ich den spannendsten in dem Zusammenhang. Zu sagen, wir gehen von einer Schule, in der es immer darum ging, die richtigen Antworten zu haben, hin zu einer Schule, in der es in Zukunft darum gehen wird, die richtigen Fragen zu stellen. Stichwort Google. Wie fragst du? Was fragst du? Wo fragst du? Das ist natürlich, also das wirft alles über den Haufen, was wir bisher kannten. Ja, das ist übrigens sehr philosophisch. Ja, sehr. Philosophie ist die Kunst, nicht einfache Antworten zu finden, sondern immer bessere Fragen zu stellen. Und insofern finde ich, wenn das in der Schule jetzt wirklich trainiert werden sollte, immer bessere Fragen an sich und an die Welt zu stellen, finde ich das ganz großartig. Wir können natürlich jetzt mal so ein bisschen in die Niederung der Ebene gehen und fragen, inwiefern passiert das denn jetzt durch ChatGPT und was wird denn jetzt kommen und was wird nicht kommen und wofür ist das Zeug gut und wofür ist es vielleicht nicht gut. Aber ich fange mal mit einer positiven Einschätzung an. Also ich gehe jetzt mal von Universitäten aus. In Universitäten spielen ja Hausarbeiten eine riesige Rolle. Jetzt nicht Hausaufgaben, aber Hausarbeiten. Das heißt, du verfasst eine 20, 25-seitige Pro-Seminar-Arbeit oder Hauptseminar-Arbeit. Und ich war ja zehn Jahre an der Leuphana und habe in dieser Zeit natürlich auch sehr, sehr viele solcher Seminararbeiten begutachtet. Und bei mir war das so, dass sich die Studenten die genaue Aufgabenstellung schon selbst überlegen konnten. Und ich liebe immer, wenn irgendjemand eine originelle Perspektive auf etwas entwickelt und dann auch tatsächlich die Kraft und die Intelligenz hat, daraus was zu machen. Und eine Arbeit, die nur einen Sachverhalt sehr gut und sehr genau darstellt, hat bei mir nie eine Eins gekriegt. Oder als eine Arbeit, was ganz häufig ist, weil man das in der Schule gelernt hat, zwei Denker miteinander zu vergleichen. Ja, das kann man machen, ist so ein bisschen besser, als nur einen Denker darzustellen, ist aber irgendwie nicht die Königsdisziplin. Die Königsdisziplin ist wirklich mit einer originellen Perspektive durch ein Thema zu gehen. Und das Schöne ist, das, was mich sowieso immer so ein bisschen umfand, ja, das kann man heute weitgehend von ChatGPT mit ein bisschen Frisieren erledigen lassen. Aber das, was mir wirklich imponiert und was für mich auch dann überhaupt nur eine Qualität für eine Eins hat, das sind Sachen, die kann ChatGPT bis heute nicht. Das heißt also, die Tatsache, dass sehr viele geistige Routinearbeit auf hohem Niveau schriftlich erledigt werden kann von ChatGPT, sorgt dafür, dass man gezwungen ist, origineller und kreativer zu werden, um sich von ChatGPT zu unterscheiden. Deswegen sagt Andreas Schleicher, den du kennst. Ja, den ich als Gast in meiner Sendung hatte. Genau. Der sozusagen, ja, also verantwortlich für die... Mr. Pisa. Mr. Pisa, genau, danke, so muss man sagen. Erfinder, der Pisa, nicht allein Erfinder, aber sozusagen Hauptarchitekt der Pisa-Studien. Der sehr hart mit dem deutschen Schulsystem ins Gericht immer geht und der sagt, Kreativität und Neugier, es geht genau in die Richtung, die ich gerade beschrieben habe, sind die entscheidenden Ressourcen für das 21. Jahrhundert. Ja. Das ist das Thema, um das es geht. Da sind sich eigentlich alle einig. Alle einig, ja. Und sie sind sich auch alle einig, dass an einer ganz normalen deutschen Regelschule Kreativität und Neugier nicht im Zentrum des Curriculums stehen. Weil Neugier ist es ja so, die Aufgabe der Schule ist ja eigentlich nicht, Neugier zu entfachen, sondern die natürliche Neugier, die jedes Kind mitbringt und ihren Höhepunkt so im Alter von fünf Jahren erreicht, wenn Kinder eine Frage nach der anderen stellen, das ist das gleiche Alter kurz bevor sie eingeschult werden, davon so viel wie möglich zu erhalten. Es geht also nicht darum, man muss ja nicht künstlich Neugier erzeugen, sondern man muss die natürliche Neugier, die in jedem Menschen vorhanden ist, versuche nicht zu zerspüren durch die Schule. Und das ist schon eine richtig schwierige Aufgabe. Ja, so die Idee von Kindern, das kennen wir auch von unseren eigenen Kindern, ja, dieser Schwamm, der alles aufsaugt und alles wissen will. Schwammintelligenz an dem Punkt sozusagen. Und wir arbeiten dann dagegen. Es gab, glaube ich, mal so einen Gedanken von Einstein, der irgendwie sinngemäß mal gefragt hat, wie konnte es eigentlich passieren, dass aus all diesen neugierigen kleinen Wesen so dermaßen langweilige Erwachsene wurden. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun. Also zu sagen, wir legen Lehrpläne fest. Da gehen wir dann sozusagen, ohne nach links und rechts zu gucken, gehen wir einfach gerade durch, die Fächer quasi parzelliert, dann alles so in 45 Minuten Häppchen portioniert, ja, dann in Klausuren und in Tests alles schon abgefragt, Zensuren bewertet und es steht von vornherein fest im Grunde, was exakt ein Schüler zu tun hat und was als Ergebnis dabei herauszukommen hat. Das ist eigentlich das Bildungssystem. Das ist die Art und Weise, wie bisher Schule funktioniert. Du weißt, wer das geschrieben hat, ne? Ja, ich kann es mir denken. Das warst du ungefähr zehn Jahre alt. Ja, genau. Anna, die Schule und der liebe Gott. Ja, also auch vor zehn Jahren gab es schon den Satz, Neugier und Kreativität ist das Wichtigste. Und dann stehen wir vor einer DNA- oder Systemarchitekturschule, die so, wie du das gerade beschrieben hast, verfährt. Ja, also überleg dir doch nur einfach mal sechs Fächer an einem Tag, a 45 Minuten, ja, und vielleicht noch eine Doppelstunde dabei. Und dahinter soll der Gedanke stehen, bloß nicht Neugier zerstören. Und jeder weiß doch aus seiner eigenen Erfahrung, dass man sich nicht auf sechs völlig verschiedene Dinge an einem Tag konzentrieren kann. Das so geht auch Lernen übrigens nicht. Also wir alle haben doch noch in Erinnerung, wenn so ein Fach, was man nur zweimal die Woche hatte, wie Chemie, hast du montags in der sechsten und freitags in der dritten Stunde oder so. Ja. Meinst du, du weißt nach dieser Woche noch, was du am Montag in der sechsten Stunde gemacht hast? Das heißt, der arme Lehrer ist damit beschäftigt, jetzt den Wissensstand der letzten Schule wieder aufzurollen. Und eigentlich besteht schon mal die Hälfte, wenn er nicht einfach nur so blind in seinem Stoff vorangeht, besteht eigentlich nur darin, das nochmal zu wiederholen und alle daran zu erinnern und so langsam wieder wach zu kriegen. Genau. Das ist doch völlig ineffizient, das zu machen. Wie würdest du das machen? Ich hoffe, dass man so viele Fächer hat und dann so verteilt über die Woche und so alles. Also ich sage ja sehr gerne den Satz, man stelle sich mal die Situation vor, es gäbe keine Schule. Die werden auch gar nicht erfunden. Und wir würden sagen, wir erfinden jetzt mal Schule und fangen bei Null an. Dann käme am Ende etwas dabei raus. Also wir würden fragen, Kognitionswissenschaftler, Entwicklungspsychologen, Leute, die sich ein Leben lang mit Lernen beschäftigt haben. Da käme etwas dabei raus, als hätte mit einer normalen Schule kein Berührungspunkt. Wir kämen nie auf die Idee, die faszinierende Welt des Wissens in lauter kleine Fächer zu unterteilen. Wir kämen nie auf den 45-Minuten-Rhythmus, von dem bis heute keiner weiß, ob der irgendwie noch aus dem mittelalterlichen Klosterleben übrig geblieben ist oder so. Ja, irgendwie so ähnlich ist der Ursprung, glaube ich, dahinter. Also nie hat ein Lernpsychologe errechnet, dass die klügste Art zu lernen ist, sechs Fächer an einem Tag auf 45 Minuten zu haben. Sondern da würde jeder sofort sagen, so kann ich nicht arbeiten. Auch als Erwachsener. Ja. Ich meine, du und ich, wir machen schon Berufe, in denen, sagen wir mal, man sein Interesse sehr breit fächert und sich auch immer wieder auf Neues einstellt. Aber doch nicht, aber doch nicht an einem Tag auf sechs Dinge ab 45 Minuten. Also so funktioniert das alles nicht. Und trotzdem, erstaunlicherweise, sehen die meisten Schulen noch immer so aus. Ja, das ist wahr. Ist das jetzt der Moment, um zu sagen, jetzt könnten wir diese Chance nutzen, um mal richtig zu entrümpeln? Also beispielsweise Hausarbeiten zum Beispiel. Ja, wenn du, die Profis, die man fragt, die sagen, ich dachte ja eine Zeit lang, wenn du Aufgaben mit ChatGPT und so weiter löst, dann gibt es die nächste super Software, die nächste KI, die wird dann sofort herausfinden und bloßlegen können, offenlegen können. Das ist hier von ChatGPT gemacht. Bitte nochmal. Die sagen, nee, 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 nee. Wird wahnsinnig schwer. Die sind sehr, sehr fehlerhaft. Es ist wahnsinnig schwer herauszufinden, wie viel der Delinquent von seiner Aufgabe wirklich selber gemacht hat und was die KI erledigt hat. Das heißt, wenn das der Punkt ist, wenn du gar nicht mehr herausfinden kannst, was eigentlich wirklich eigene Arbeit ist und was die KI erledigt hat, dann kannst du es auch lassen. Dann kannst du sagen, okay, dann ist das das Ende der Hausarbeit. Ja, also ich lerne natürlich in der Schule damit umzugehen, weil das Beherrschen von ChatGPT kann man in sehr vielen Berufen und im Leben sehr gut gebrauchen. Ich kann das nicht ausgrenzen und sagen, das darf es im Unterricht nicht geben, weil wir wollen ja, dass unsere Kinder KI-affin sind und dass sie das beherrschen und dass sie gut damit umgehen können. Also können wir das ja nicht aus der Schulbildung raushalten. Aber wir müssen uns überlegen, was ist das, was ChatGPT nicht oder noch nicht kann und uns eben überlegen, genau darauf den pädagogischen Schwerpunkt zu legen. Und siehe da, es kommen lauter Dinge daraus, die wir auch gut und wertvoll finden. Ja, wie Kreativität, wie Originalität und so weiter. Das heißt, wir befreien also die Schüler von geistiger Routinearbeit und gewinnen dadurch Zeit, Kreativeres zu machen. Jetzt mal alles mal ganz hübsch formuliert. Ja, genau. Wie das im Alltag aussieht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, konkret mal, Richard. Also wenn du sagst, geistige Routinearbeit, das klingt immer so schön und auch so ein bisschen abgehoben. Rechtschreibung ist ja auch quasi geistige Routinearbeit, wenn man so will. Da gibt es Regeln. Also es bleiben Dinge übrig, die machen keinen Spaß. Ja, ist das etwas? Und auch da, das kann die KI, das kann die KI demnächst besser. Und ich weiß noch nicht, ja. Nicht alles, was die KI besser kann. Also ich würde nicht so radikal sein und würde sagen, alles, was die KI besser sein kann, das braucht man nicht mehr lernen. Weil das macht ja ganz, ganz viel mit deinem Gehirn, wenn du reden lernst, wenn du schreiben lernst, wenn du rechnen lernst. Ja. Ja, und das sind ganz, ganz, ganz wichtige elementare Schlüsselqualifikationen. Und die musst du natürlich weiterhin lernen. Aber wenn du dann nachher als Folge, wie ich das gerade sagte, wenn du, wenn du längere Arbeiten schreibst, dir raffiniertere Themen suchst, originellere Perspektiven darauf suchst und so weiter und so weiter und wo ChatGPT nicht gut ist, dann geht das. Es befreit dich nicht davon, rechnen zu lernen, schreiben zu lernen oder sprechen zu lernen. Also wenn es das das wäre, dann würden wir zum Sklaven von Maschinen werden und wären gar nicht mehr in der Lage, kreativ zu denken, weil uns das Handwerkszeug dafür fehlt. Also was die Grundausbildung anbelangt, wird sich nicht so viel ändern. Das würde ich mir auch nicht wünschen. Nee, aber das ist die gelebte Wirklichkeit. Das meine ich ja, da steht Schule echt vor großen Herausforderungen. Also Rechtschreibung, ich habe das irgendwann auch notgedrungen akzeptieren müssen. Ich bin jemand, der auf Rechtschreibung Wert legt, aber in der Welt der Kinder, auch meiner Kinder, spielt das eine immer kleinere Rolle. Und ich sage mal, du fängst an zu diktieren und das mobile Endgerät schreibt dir das dann richtig hin. Da sind dann auch mal Fehler drin oder auch nicht. Völlig egal. Es spielt irgendwie keine Rolle mehr. Also Rechtschreibung ist etwas, von dem ich sagen würde, das wird ganz, ganz schwer, da auch eine Akzeptanz bei den Kindern zu haben und die Sinnhaftigkeit zu vermitteln, warum das jetzt unbedingt sein muss. Ja, wir kehren zurück in die Goethe-Zeit. Da gab es keine Rechtschreibung. Die Rechtschreibung kommt es ja ganz spät. Es ist ja erst mit dem Duden gekommen. Also erst im 19. Jahrhundert irgendwann. Was heißt das? Wenn du die Originaltexte von Goethe siehst, das ist also in einer kaum nachvollziehbaren Rechtschreibung mit hessischen Idiomen durchsetzt und… Von Goethe selbst? Ja, weil es gab ja keine normierte Rechtschreibung. Das ist ja irre. Das heißt also, Goethe hat Worte anders geschrieben, als Schiller sie geschrieben hat oder Humboldt sie geschrieben hat und so weiter. Es war nicht festgelegt, wie man die schreibt. Weißt du, woran ich gerade denken muss? An eine sehr lange Autofahrt durch Israel. Wenn du in Israel Auto fährst und es gibt auch noch andere Länder, in denen es ähnlich ist. Wenn du in Israel Auto fährst und du gibst einen Namen ein, einen Ortsnamen, dann schreibt dir irgendjemand was auf, da musst du hinkommen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du genau das, was du da jetzt eintippst in deinem Navigationssystem, du wirst es nie finden. Du wirst dich tausendmal verfahren, du willst nach Norden und in Wahrheit kommst du irgendwann im Süden raus. Bis du irgendwann schnallst, ach so, alles klar. Und es ist nicht unbedingt immer verbindlich, sondern man kann es auch ein bisschen abgewandelt, auch ein bisschen anders schreiben. Das ist genau das, was du da beschreibst. Also jeder schreibt seinen Ortsnamen ein bisschen so, wie er es halt gerade schreiben möchte. Und so war das ja über Jahrhunderte hinweg. Um nicht zu sagen über Jahrtausende. Ja, also eigentlich die Normalität. Ja, genau. Also die Normierung der Sprache ist eigentlich nicht die Normalität. Das ist ein relativ junger Abschnitt in der Kulturgeschichte. In anderen Sprachen gibt es das ja auch. Da ist die Sprache ja ähnlich normiert worden. Ja, spannend. Aber das würde ja bedeuten, dass so mittelalte Herrschaften wie ich, die der Meinung sind, das ist jetzt wirklich der Untergang, wenn unsere Kinder nicht mehr richtig Rechtschreibung können, dass ich komplett falsch liege. Naja, also man konnte den Faust schreiben, ohne eine normierte Rechtschreibung zu haben. Das meine ich. Das ist kein Widerspruch in sich. Gut, ich will aber keine Werbung dafür machen, dass wir jetzt sagen, wir brauchen die Rechtschreibung nicht mehr. Nein, aber es zeigt eine Richtung auf. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich auch der Generation angehöre, die das noch ziemlich vernünftig gelernt haben. Ja, ich meine, du hast die Universität studiert. Oder Zeichensetzung. Ja. Also Zeichensetzung hapert es ja meistens noch viel stärker. Also es gibt an Universitäten, bekommt man zum Teil Hausarbeiten mit mehr als 10,200 pro Seite. Das ist nicht in jeder Arbeit so, aber das ist recht häufig der Fall. Also da wundere ich mich immer, dass nicht zumindest deren Grammatikprogramme nicht vorher schon ausgefiltert haben. Weil die gibt es ja alle. Also es gibt sehr wenige Menschen auf der Welt, die gar keinen Kommafehler machen. Und ab und zu einen zu machen, finde ich auch nicht weiter schlimm. Also ich mache keine. Auch nicht ein Rechtschreibung. Du machst keine? Nee. Soll ich nicht meine Kommaregeln abfragen? Das ist schon eine ziemlich komplizierte Materie. Ich mache vor allen Dingen die Kommafehler, dass ich immer noch nach der alten Zeichensetzung, die ein paar Kommas mehr setzt, also ich setze eher zu viel als zu wenig. Ja, ja, zum Beispiel zu und so. Abtrennung von Infinitivsätzen, die kurz sind und solche Sachen. Da bin ich konservativ. Also ich finde es ja natürlich ziemlich gut, wenn man sich mit Hilfe von Zeichensetzungen und Rechtschreibungen möglichst präzise ausdrücken kann. Ich halte das auch für einen Wert. Aber ich bin nicht sehr optimistisch darin, dass der erhalten bleiben kann. Ja, also nochmal Richard, ich liebe das auch und ich liebe es, wenn einfach Grammatik stimmt und wenn Orthographie stimmt und so weiter. Und wenn man einfach, es gibt einen ganz simplen Grund dafür. Gar nicht jetzt sozusagen meine Boomerhaftigkeit, sondern es hat was damit zu tun, dass du dann einfach leichter lesen kannst. Ja, ich kriege da manchmal so Nachrichten und bin überhaupt nicht in der Lage richtig oder auch manchmal bei Transkripten so von Interviews und so weiter. Ich bin da manchmal gar nicht so richtig in der Lage zu verstehen im ersten Moment, wie was zusammenhängt und was wohin gehört und wie es eigentlich gemeint ist. Und das wird ja auch ganz schnell sinnenstellend, wenn das Komma an der richtigen Stelle fehlt. Aber sozusagen mein Kulturpessimismus, der sich daraus ableitet, so nach dem Motto, wir sind jetzt alle dem Untergang geweiht, weil Rechtschreibung in akuter Gefahr ist. Ja, dem würde ich sagen, da bin ich auf dem Holzweg. Also ich bin ziemlich nah bei dir. Also es gibt Künste, dazu gehört eine gute Rechtschreibung und eine gute Zeichensetzung, die ich hoch schätze. Und wo ich aber trotzdem, nur weil ich das jetzt einigermaßen kann, ich hingehe und sage, ich mache das jetzt zum Maßstab für künftige Generationen. Es gibt ja auch große Künste, die sterben vielleicht irgendwann aus. So in der Zeit, als ich in die Schule ging, war gerade das Schönschreiben dabei auszusterben. Es gab bei uns ein Fach, das hieß Schönschreiben. Ich weiß, bei uns auch. Da hat man nicht gelernt, tolle Metaphern oder so zu formulieren oder Lyrik zu machen. Sondern da hat man, wir haben so süttalienartige Zeichen, die so wunderschön aussahen und so eine altmodische Schreibschrift da gemacht. Bei Frau Fatitschko, dafür gab es Hefte. Da gab es das Brauseheft für. Frau Fatitschko war auch völlig humorlos. Und da ich bis heute Stifte falsch halte, war ich nicht in der Lage, den hohen Kriterien von Frau Fatitschko zu entsprechen. Ja. Ich glaube, mir fehlen die Worte, um das richtig auszudrücken. Es gibt Dinge, worüber man nicht reden kann. Darüber muss man schweigen oder man muss es zeigen. Also wenn wir jetzt nebeneinander säßen, dann würde ich dir zeigen, wie ich schreibe. Und dann wirst du sehen, das sieht ein bisschen anders aus. Und kann man deine Schrift lesen? Hast du eine leserliche Handschrift, Richard? Wenn ich will. Also die Handschrift, die ich für mich selber schreibe, können andere nicht lesen. Aber ich bin in der Lage, dann male ich. Also ich schreibe mit Absicht, schön zu schreiben. Nicht so schön, dass Frau Fatitschko das schön fand, aber ich kann hübsch schreiben, wenn ich will. Super. Genau, aber worauf ich hinaus will, ist, dass Schönschreiben war mal eine wichtige Kunst in der deutschen Schulausbildung. Genau. Und als ich eben in die Schule ging und wir reden jetzt so Anfang der 70er Jahre, starb das aus. Es gibt heute keine Brausehefte mehr, in denen die Kinder schön schreiben lernen. Es gibt auch Frau Fatitschko. Frau Fatitschko, wenn sie noch leben würde, hätte ein biblisches Alter, wäre weit über 100 wahrscheinlich. Aber ich wollte damit einfach nur sagen, das ist sicher eine tolle Kunst gewesen. Und ich habe auch immer bewundert, wie schön zum Beispiel die Handschrift meiner Großeltern war. Und ich finde eine schöne Handschrift, eine wunderbare Sache. Ich würde aber wiederum nicht hingehen und würde sagen, nur weil das früher mal so war, muss das so bleiben. Ja, genau. Da neigt man auch immer dazu, dass man sich selbst zum Maßstab macht oder die Zeit, in der man groß geworden ist, zum Anker macht. Das ist genau mein Thema. Nur eine Sache noch in Klammern. Ich hatte immer das Gefühl im Schönschreiben, also Mädchen schreiben viel, viel schöner als Jungs. Und Frauen schreiben viel, viel schöner als Männer, einen ganz anderen Sinn für Ästhetik, der uns also völlig entgangen ist irgendwann mal, wenn nicht völlig fehlt. Aber interessant ist, wir müssen also offensichtlich sozusagen jetzt mal ans Grundsätzliche ran. Wir müssen Gewissheiten, liebgewonnene Gewohnheiten über den Haufen werfen. Also wir müssen uns verabschieden von so Dingen wie Hausaufgaben, ganz offensichtlich. Ja, das ist keine liebgewonnene Gewohnheit. Ich habe selten Menschen getroffen, die das toll fanden. Ja, aber du weißt, was ich meine. Es gehörte so dazu. Man hatte das Gefühl, ey, wenn wir das nicht machen, auch da, es ist der Untergang. Und diese junge Generation, diese böse Jugend von heute, das geht alles total in die Fritten, stellt sich raus. Die böse Jugend von heute ist sehr viel besser als ihr Ruf und vor allen Dingen auch sehr viel schlauer als ihr Ruf. Und deswegen lohnt es sich, da immer genauer hinzugucken. Schön schreiben gehört dazu. Dann die Frage zum Beispiel der Rechtschreibung, haben wir gerade diskutiert. Auch da, glaube ich, muss man ein bisschen umdenken und ein paar Gewissheiten stehen da gerade sehr in Diskussion. Das andere ist die Frage des Lesens zum Beispiel. Und das ist ein interessanter Punkt. Gut, es gab ja sozusagen in den letzten Jahren so einen, ja fast so einen Wahn, ja, digitalisieren. Jeder sagte digitalisieren, digitalisieren. Dann wurden in Schweden großflächig iPads zum Beispiel angeführt und andere mobile Endgeräte. Bei uns dann auch. Und ich habe dem immer irgendwie misstraut. Ich dachte immer, das ist nicht euer Ernst, dass die wirklich glaubt, du schraubst jetzt einfach in so eine Schulklasse ein paar iPads rein und dann läuft das schon mit der Digitalisierung. So ist es ja nicht. Natürlich stellt sich plötzlich raus, Neurobiologen, Psychologen, die sagen, naja, beim Lesen ist es zum Beispiel so, ein herkömmliches Buch deutlich besser als ein Bildschirm. Ganz meine Meinung. Ganz meine Meinung. Alles, was für mich wichtig ist, drucke ich aus schlecht für die Wälder. Ja, und ich weiß, das ist das andere, das ist ja eigentlich klimafreundlich. Mach ich. Mach ich. Ich bin komplett getakt. Ich bin komplett getakt. Meine Bücher lese ich ja, weiß ich nicht, zwischen fünf und zehnmal Korrektur, bevor sie beim Verlag landen. Und das heißt also immer neue Druckerpatronen kaufen und jedes Mal einige hundert Seiten ausdrucken. Das mache ich. Doch, das mache ich. Also ich korrigiere das auch mit einem Bleistift. Weil ich am Bildschirm nicht so genau lese. Also die allerbeste Form zu lesen, wenn man ganz, ganz genau lesen will, ist bei mir auf Papier und laut. Interessant. Weil laut kann man sich nicht betrügen. Nee, das ist klar. Leise hustet man über die Sachen weg, also deswegen liest man laut. Aber es ist für mich ein Unterschied. Für mich ist das Bildschirmlesen hat nicht den gleichen Grad an Eindringlichkeit. Und ich merke mir die Sachen auch nicht so genau, die ich am Bildschirm lese. Ich kann jetzt nicht genau lernpsychologisch begründen, aber ich weiß, und du hast das ja gerade auch zitiert, es gibt ja durchaus wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die sagen, dass Lesen vom Papier im Regelfall eindringlicher ist als Lesen am Bildschirm. Genau, zum Beispiel mit dem Argument, unter anderem kann man besser mit dem Finger quasi mitfahren. Und dann fühlt man auch diese Seite und dann hat man auch einen spezifischen Geruch eines Buches. Geruch ist etwas, was uns irgendwie wahnsinnig lange einprägt und so weiter. Und hat dann sozusagen im Buch selber noch so einen weiteren Lernkontext, räumliche Anordnung. Während man am Bildschirm ja einfach immer scrollst, einfach so von oben nach unten. Das heißt, was Lesen und Schreiben angeht, scheint das herkömmliche Buch besser zu sein als digitale Medien. Das ist ja sehr interessant. Deswegen kehren die Schweden ja offensichtlich auch zum Buch zurück. Also aus diese fortgeschrittenen Länder muss man sich ja auch überlegen. Die skandinavischen Länder haben alles das, was jetzt in den Schulen an Digitalisierung gemacht wird, vor mehr als zehn Jahren gemacht und machen einiges davon inzwischen wieder rückgängig. Meine Schwester ist Lehrerin in Dänemark, die sagt auch, also allmählicher Abschied von der Digitalisierung. Wirklich? Ja, da gab es einen großen Screen und da waren dann alle eingeloggt und da fand der Unterricht quasi an diesem und in diesem Screen statt. Und inzwischen sagt man, so bringst du das nicht. Okay, weil? Weißt du, wo in der Fehler liegt? Also ich habe ja diese Bildungsdiskussion verfolgt und als ich mein Buch vor zehn Jahren geschrieben habe, ging das gerade so los, dass überall Deutschland hinkt bei der Digitalisierung hinterher, Digitalisierung des Klassenzimmers und so. Und wie so typisch, wir denken immer in Hardware-Kategorien. Wir denken, die Schule ist besser, wenn da mehr und neuere Computer stehen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Und das ist ja totaler Unsinn, sondern man muss sich andersrum, man muss vom Lernen ausgehen. Man muss also sagen, was will ich lernen? Und dann muss man überlegen, was sind die richtigen Tools, die richtigen Mittel dazu, um etwas besonders gut zu lernen. Und dann finde ich zum Beispiel immer ein großer, großer begeistert gewesen von den Gedanken der Kahn-Akademie. Ja, das ist, Simon Kahn ist ein Entrepreneur gewesen, der den Kindern in Indien, den Ghetto-Kindern, ja, einen Bildschirm zur Verfügung gestellt hat, zum Teil in Kiosken drin und so weiter und ihnen die Möglichkeit gegeben hat, mit Selbstlernprogrammen sich das Wissen der Welt anzueignen. Du hast dann hier erstmal Mathematik, aber dann irgendwann auch alles andere mehr und dazu. Und zwar nach eigenem Bedürfnis und eigenem Rhythmus und eigenem Tempo. Und da habe ich mir sofort überlegt, warum macht man nicht in der Mittelstufe der Schule, ja, Mathe, so, dass man da auf dem Bildschirm ein Nobelpreisträger erscheint, der einem da, weiß ich nicht, was machen wir ja, siebte, achte Schuljahr, Satz des Pythagoras erklärt und so weiter und wo man sich dann selber durch diesen Parcours durchtankt. Das wäre für mich großartig gewesen, weil ich in Erinnerung habe, dass in Mathe immer schon drei Schüler da waren, die waren besser als der Lehrer, ja, deren Fragen hat man nicht mal verstanden. Das waren die, die bei einem neuen Thema als erstes Beweise an die Tafel schreiben konnten. Also wo ich nicht entfernt eine Ahnung gehabt habe, ich dachte immer, die Fuschen, die haben irgendwas irgendwo abgeschrieben oder auswendig gelernt. Aber ich glaube, die konnten das einfach. Und ich glaube immer, wenn der Lehrer so gut gewesen wäre wie die, wäre er wahrscheinlich gar nicht Mathelehrer geworden, sondern wie die dann später auch irgendwie in die Wissenschaft gegangen oder in Forschung oder so. So, und dann ist ein Drittel, die können auch im neunten, zehnten Schuljahr die binomischen Formeln weder erkennen noch anwenden. Und der Lehrer soll für die alle den gleichen Unterricht machen. Und das geht eben nicht. Ja, deswegen ist Matheunterricht total dysfunktional, weil es auch ein extremes Begabungsfach ist, genau wie Fußballspielen. Und deswegen finde ich, wenn man da Selbstlernmöglichkeiten schafft, wo man im eigenen Rhythmus, ja, sein Mathe lernt, und dann kommt der Nobelpreisträger wieder und korrigiert vor deinen Augen die Aufgaben und sagt, ja, pass auf, du hast den Fehler gemacht, der ist klar, dass du den machst, weil der passiert ganz oft. Ich stelle dir jetzt mal eine neue Aufgabe und so weiter und so weiter. Dann kannst du natürlich viel effizienter und für dich alleine und ohne die Frustrationserlebnisse in der Klasse und so dein Mathe machen. Also, total sinnvoller Einsatz von digitaler Technik, aber keine Beantwortung einer Grundsatzfrage. Mehr oder weniger Digitalisierung. Sondern wir müssen von der Software aus denken. Ich meine das jetzt im übertragenen Sinne. Ich meine nicht das Softwareprogramm, sondern wir müssen vom Lernen ausgehen. Und nicht von außen drauf gucken, wie wir das immer machen. Auch die Frage, wie viele Schuljahre am Gymnasium, acht oder neun? Völlig blöde Frage. Die entscheidende Frage ist, was passiert in diesen acht oder neun Jahren? Und die Frage ist nicht, ob das jetzt ein Jahr länger dauert oder nicht. Es ist egal, wie gut in einer Schule 13-Jährige rechnen können. Ein weltweiter Vergleich, wie gut sind 13-Jährige in Bangladesch, in Schweden und in Deutschland, interessiert mich nicht. Mich interessiert, wie gut ist jemand zehn Jahre nach der Schule in Mathe? Also, was ist hängen geblieben? Ja, was ist hängen geblieben? Kann er es benutzen? Und, bester Test, kann er seinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen? Wie viele Leute fragen sich schon bei Mathe sechste Schuljahr, wenn sie ihren Kindern helfen sollen? Wie habe ich eigentlich damals Abitur gemacht? Ja, man steht immer so zitternd davor und hofft, dass das Jahr noch nicht gekommen ist, in dem man nicht mehr mithalten kann. Ja, meistens beginnt das schon mal im siebten Schuljahr. Ja, das fängt relativ früh an. Das ist interessant übrigens, zum Thema Lesen nochmal. Ich denke da gerade noch drüber nach die ganze Zeit. Ich habe viele Bücher, ich liebe Bücher, aber ich lese alles digital mittlerweile. Ich kaufe mir auch Bücher meistens nochmal digital, weil ich es liebe. Meine ganze Bibliothek, alles, was mich gerade so interessiert, einfach irgendwie so mit mir in der Hosentasche rumzuschleppen. Das heißt, du hast in deiner Wohnung gar nicht viele Bücher? Doch, ich habe da viele Bücher. Ich habe da viele Bücher und wenn ich Zeit habe, schaue ich auch mal gerne rein und so weiter. Aber ich lese sehr, 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 sehr viel mehr auf mobilen Endgeräten. Eigentlich fast nur. Und ich liebe das, damit zu arbeiten. Ich kopiere mir das dann raus, kopiere es mir in andere Anwendungen rein und so weiter. Pack mir dann Dinge zusammen, die ursprünglich gar nicht zusammenstanden und so. und habe so wahnsinnig schnell Zugriff auf unendlich viel Information. Und das ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte, bis ich in dem einen Buch die entsprechende Seite gefunden habe, werde ich wahnsinnig. Aber wenn ich es digital machen kann, dann weiß ich, okay, es gibt da diesen einen Begriff, der interessiert mich jetzt. Den habe ich dort gelesen, den suche ich mir und dann habe ich sofort dieses eine Zitat, diese eine Information, die ich brauche. Das ist super, aber dieses Hadern sozusagen mit der Frage, wie führen wir unsere Kinder an Hardware ran? Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Das ist ja sozusagen die große quälende Frage für Lehrer, für Eltern, für alle, die sich damit beschäftigen. Es gibt eine interessante Studie, glaube ich, aus den USA ziemlich aktuell. Der Konsum von Bildschirmen bei Kleinkindern und auch bei Säuglingen. Kinder und Kleinkinder, die sehr viel Fernsehen entwickeln, eine andere und zwar eine schlechtere Sensorik für die Frage sozusagen, wie gehe ich mit Sinneseindrücken um? Die kriegen weniger mit, die haben eine niedrigere Aufnahmefähigkeit und so weiter. Also all das spricht dafür, zumindest Kleinkinder und wahrscheinlich, denke ich dann auch, wie zum Beispiel Grundschüler, das ist das schwedische Thema, eher und auch das dänische Thema, wie du gerade schilderst, wegzuhalten von digitalen Endgeräten, sondern das haptische einfach zu bevorzugen. Also der Mensch ist ja im Laufe der Evolution, über die ein bis zwei Millionen Jahre, seit es ihn gibt, wenn man die Vorfahren mit einrechnet, angepasst worden, an immer neue Umgebungen oder hat sich daran angepasst, also eine große Adaptionsleistung gemacht. Und unsere Gehirne sind so, wie sie sind, weil sie das Ergebnis einer Anpassungsleistung sind. Und zwar eine Anpassungsleistung in einer dreidimensionalen Welt, in der wir leben und an die wir uns angepasst haben. Und wenn wir jetzt in einer frühkindlichen Entwicklungsphase, wo unglaubliche Gehirnprozesse stattfinden, das jetzt auf die zweidimensionale Ebene des Bildschirms machen, mit all dem, was dazugehört, dann verändern wir ganz erheblich die Werkseinstellung. Und das wundert mich überhaupt nicht, dass das große Konsequenzen hat, dass das, was motorische Fähigkeiten anbelangt, große Konsequenzen hat. Auch die Wahrnehmung auf einen Bildschirm ist die Wahrnehmung auf einen kleinen Ausschnitt. Die Orientierung in der Welt ist eher 180 bis 360 Grad, je nachdem, wie ich mich gerade drehe und bewege. Das heißt, es ist eine andere Form von Weltwahrnehmung. Natürlich kann ich das alles simulieren und ich sehe das alles auch auf dem Bildschirm, aber die Augen sind nur nach vorne gerichtet. Genau. Das heißt, es ist eine andere Art von Aufmerksamkeitsförderung, von Sensibilitätsförderung und so weiter. Das heißt also, aus der Fülle der menschlichen Möglichkeiten, da findet eine Begrenzung oder Beschränkung statt. Ich frage mich nur, Richard, in dem Zusammenhang, wie verändert all das, was da gerade passiert, auch die Rolle der Lehrer? Wir haben vorhin gerade über Andreas Schleicher gesprochen, Mr. Pisa, den du getroffen hast. Der hat ja das Ergebnis, das wir da jetzt gerade hatten als Land. Das war ja nicht einfach eine schlechte Note, dieser internationale Vergleich bezogen auf das Jahr 2022, sondern wir haben so bescheiden abgeschnitten wie noch nie. Also wir waren wirklich richtig, richtig schlecht. Und Schleicher sagt, mit Blick auf die Lehrer, zu viele Lehrer sehen sich in erster Linie als, ich zitiere, Befehlsempfänger, die im Klassenzimmer statisch einen Lehrplan abarbeiten und sagt weiter, ich habe wenig Verständnis für Lehrer, die nur darauf pochen, überlastet zu sein. Und seitdem ist dicke Luft im Lehrerzimmer. Was meint er damit? Die Lehrer, die Lehrer haben eine schwierige Rolle. Ja, finde ich auch. Im Grunde genommen ist die Freiheit des Unterrichts enorm begrenzt durch Lehrpläne, durch etwas, was man Stoff nennt, was ja schon eine ganz schlimme Formulierung ist. Der Bildungsexperte Reinhard Kahl sagt immer, den Stoff sollten wir den Dealern überlassen. Also kein Stoff. Oder jetzt aktuell im Anlass dem Bundesgesundheitsministerium. Ja, genau, den müssen wir dem Bundesgesundheitsminister überlassen. Nein, aber da ist eine Erwartungshaltung, er muss von A nach Z kommen, innerhalb einer begrenzten Zeit, in so und so viele Stunden. Und da bleibt natürlich für kreative Unterrichtsgestaltung relativ wenig Freiraum. Deswegen wäre natürlich eine wichtige Konsequenz, die ja schon ewig gefordert wird, statt einen Lehrplan vorzugeben, Minimalziele zu definieren. Also Lehrpläne, in denen festgeschrieben wird, welche Bücher im 8., 9. oder 10. Schuljahr gelesen werden, die braucht kein Mensch. Also, dass man dem Deutschlehrer nicht mal zumutet, sich selbst zu überlegen, was er in diesem Jahr oder im nächsten Jahr oder so für interessant und spannend findet, ist doch wohl ein Witz. Und auch hier steht wieder dieser Gedanke dahinter, dass Kinder in einem bestimmten Alter bestimmte Dinge können müssen. Mit können bedeutet aber nicht wirklich können, sondern bedeutet mal gemacht haben in der Schule. Ja, weil so wie gelernt wird, das Allermeiste davon sowieso wieder vergessen wird. Und deswegen, ich habe mal den Lehrplan von Nordrhein-Westfalen in der Hand gehabt. Das ist ein fettes Buch. Ja, wenn man sich da anguckt, was da buchfach alles drinsteht, dann ist es sowieso so, dass keine Schule und kein Lehrer das erreicht. Das ist sowieso viel zu viel da drin. Man kann das nur ansatzweise versuchen, irgendwie mit Würde unter dieser hohen Messlatte hindurchzukommen. Ich würde stattdessen ganz schlanke Lehrpläne machen und würde einfach nur sagen, da und da ist wichtig und diese Sachen müssen trainiert sein und so weiter. Also, wir müssen die Lehrer befreien. Das ist das Allererste. Jetzt kommt aber was Schwieriges. Es gibt ganz viele Lehrer, die wünschen sich das. Sie fänden das toll, wenn sie viel mehr Freiheiten in der Unterrichtsgestaltung hätten. Es gibt auch ein paar, die würden die Orientierung verlieren. Die sind Lehrer geworden, weil sie gerade das gut finden. Eine ganz klare Vorschrift und da kann man nämlich auch genau kontrollieren. Da können auch keine aufgebrachten Eltern in die Schule kommen und sagen, warum hat man denn das und das gemacht oder das gelernt und das nicht. Man hat dann mehr Sicherheit. Ist schon klar. Es gibt ja auch Lehrplan, denen das sehr wichtig ist. Kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen. Aber du würdest sagen, also dieser Lehrplan, den du da in der Hand gehalten hast, dieses dicke Buch. Was ist die Idee dabei? Das dann genauso umzusetzen? Oder ist so ein Lehrplan in NRW zum Beispiel, ist das eher sowas wie eine rote Ampel in Neapel zum Beispiel? Ein Angebot, das man annehmen kann, aber nicht zwangsläufig muss. Dem Gedanken nach ist es keine neapolitanische, sondern eine deutsche Ampel. Also man sollte das eigentlich so machen. Das ist der Gedanke. Und es ist halt so, die werden von Natur aus dicker. Dann denkt man sich natürlich, neben alledem, was man bisher in der Schule gemacht hat, das hat sich alles geändert. Mehr Informatik natürlich in die Schulen, Anpassung an neue Zeiten. Bio hat sich sehr stark verändert. Es ist heute sehr viel mehr drin als früher. Wir haben heute mehr Wissensstände. Und weil es natürlich auch viele Dinge eine immer größere Rolle in unserem Leben spielen. Und so wird das Stück für Stück im Grunde genommen aufgefüllt. Und es wird relativ wenig rausgestrichen, außer schön schreiben. Aber eigentlich werden die immer dicker. Und dahinter steht dann das Problem, dass Schule, ich sage das mal sehr generalisierend, weil es natürlich auch in jeder Schule ein bisschen anders ist, aber Schule ist heute in erster Linie dadurch schwieriger als früher, dass die Summe des behandelten Stoffs mehr geworden ist. Das Leistungsniveau ist manchmal in manchen Fächern auch gesunken. Aber die Summe des zu verarbeitenden Stoffes ist gestiegen. Und jetzt wissen wir natürlich vom Lernen, es müsste genau umgekehrt sein. Genau. Ja, also es gibt ja auch diesen berühmten Satz schon aus der Renaissance, Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt werden, sondern sie wollen wie Leuchten entzündet werden. Das war. Und je mehr Stoff ich habe, umso mehr das ist. Ich meine, wie viele Kinder gibt es, die leiden einfach darunter. Und jetzt noch Mathe und danach noch Chemieunterricht. Ja klar. Nebenfächer sind wichtiger geworden insgesamt. Ich verstehe auch, das ist kein grundsätzlich falscher Gedanke, aber es wird einfach immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und so funktioniert Lernen überhaupt nicht. Also wir galoppieren da in die falsche Richtung. Das heißt, nochmal, wir müssen entrümpeln, wir müssen uns konzentrieren sozusagen. Nochmal der Zusammenhang, Richard, zwischen Schüler sein, Lernen und Technologie. Also wenn ein Schüler nur noch Texte mit KI schreibt, ja, dann würde ich sagen, dann lernt er nichts mehr. Er lernt das Beherrschen der KI, aber das ist auch alles. Genau, genau. Und in dem Zusammenhang, also selber zu schreiben, deswegen nochmal auch Diktierfunktion und so weiter. Ja, Rechtschreibung hatten wir schon das Thema. Aber überhaupt schreiben, ähnlich wie du sagst, ich muss das ausdrucken, ich muss das dann wirklich da vor mir physisch sehen, und dann kann ich damit umgehen. Schreiben ist ja ein ähnlicher Prozess. Da verknüpfst du ja auch Dinge, da entstehen relevante Ergebnisse und so weiter. Also das heißt, es ist ein riesiger Unterschied, ob du eine Hausarbeit selber schreibst oder ob du sie einfach von irgendeinem Chatbot schreiben lässt. Ich bin absolut dafür, dass man die Kunst des Schreibens erlernt. Ja, also das ist absolut wichtig, dass wir das lernen. Also ich fände es aber schön, wenn wir es an Beispiel, ein Beispiel machen, wo wir sagen, es ist ja doof, warum ich das jetzt hier schreiben lernen muss und so weiter, weil das kann ChatGPT besser. Es gibt aber viele Sachen, die ChatGPT eben nicht besser kann. Und es gibt viele Sachen, wo man sich die Frage gar nicht stellt, sondern wenn ich jetzt lerne, ein Gedicht zu schreiben. Ich weiß, ChatGPT kann inzwischen auch ganz ordentliche Gedichte schreiben. Aber es ist doch ein Unterschied, ob es mein Gedicht ist oder das Gedicht von ChatGPT. Das spielt doch eine riesige Rolle. Da muss ich auch nachher nicht in den Qualitätsvergleich gehen, weil es allein die Tatsache, dass es mein Gedicht ist, schon eine ganz spezifische Qualität hat, die das andere nicht hat. Das heißt, es geht eigentlich um die Frage nochmal, diese große Idee, weg von einer Schule, die Antworten parat haben muss, hin zu einer Schule, die Fragen stellt. Und dann muss ich eine Schule, die Fragen stellt, hin zu einer Schule, in der ich das Lerntempo, sowohl der Lehrer wie der Schüler, stärker selbstbestimmen kann. Auch das, was gemacht wird, stärker selbstbestimmt. Wo nicht die wichtige Frage ist, was man mit 12, 13 oder 14 kann, sondern die wichtige Frage ist, was man am Ende kann, wenn man die Schule verlässt. Also eine ganz andere Art von Orientierung. Man kann sagen, eine entnormierte und sehr stark entbürokratisierte Schule. Und hier sind wir beim größten Problem. Das größte Problem in unserem gesamten Bildungssystem sind mit Sicherheit nicht die Lehrer. Es sind auch nicht die immer aufgebrachteren Eltern. Es sind ohnehin nicht die Schüler. Und es sind auch nicht die immer vermeintlich dümmer werdenden Kinder. Nein, ganz und gar nicht. Und es sind noch nicht mal, obwohl sie die üblichen Verdächtigen sind, die Schulminister und Kultusminister. Sondern das allergrößte Problem ist die Kultusbürokratie. Wir ersticken die Schulen im Würgegriff der Bürokratie. Bürokratie hat eine ganz fiese Angewohnheit, in dem Versuch, Bürokratie zu reduzieren, wird sie erhöht. Genau. Da wird eine neue Kommission zur Entbürokratisierung mit so und so vielen Mitarbeitern und so weiter gegründet. Die Komplexitätsforschung sagt, dass Versuche, Komplexität zu reduzieren, im Regelfall zur Erhöhung von Komplexität führen. Und die Bürokratie, das sind ja in erster Linie auch die ganzen juristischen Vorschriften, was man darf und was man nicht darf. Es geht um Kontrolle. Es geht darum, dass die Schulen irgendwo am Zügel laufen, damit man nicht nachher dasteht und sagt, das fällt doch in ihren Verantwortungsbereich. Wie konnten sie denn zulassen, dass die da Bio-Unterricht im Wald gemacht haben und dem Schüler der erste auf den Kopf gefallen ist. Das heißt also, diese vorauseilende Gehorsam, die Angst und so weiter, führen dazu, dass die Schulen sich nicht entwickeln können. Wir haben also einerseits die vorhin genannte Notwendigkeit einer Bildungsrevolution, unter anderem jetzt nochmal neu befeuert durch Chat-GPT und viele andere digitale Möglichkeiten, KI im Allgemeinen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Bürokratie, die in den Schulen die Luft zum Atmen nimmt. Und darunter leidet das System am allermeisten. Und stell dir mal so etwas vor, ich würde Kultusminister. So ein schlimmer Albtraum, den ich mir manchmal vorstelle. Ich auch. Und ich würde jetzt sagen, ich möchte jetzt in dem Bundesland, wo ich bin, die Schulen verändern. Ich möchte jetzt genau das machen, die Schulen in die richtige Richtung zu bringen. Dann würde mich die Kultusbürokratie in kürzester Zeit auskontern. Da sitzen nämlich Leute, von denen ich jetzt verlangen würde, einen großen Teil dessen, was sie machen, zu reduzieren, abzuschaffen, neue Wege zu gehen, kreativ zu sein. Wenn du ein sehr kreativer Mensch bist, wirst du nicht Kultusbürokrat. Da sitzen also Leute, die diesen Job machen, weil sie etwas ganz anderes machen wollen. Weil sie einen sicheren Platz haben wollen, weil sie zu einem nicht unerheblichen Teil Beamte sind, weil sie eben gerade nicht mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden wollen. Das heißt also, du würdest an deinen eigenen Behörden und an deinen Mitarbeitern sehr, sehr schnell scheitern. Und deswegen sage ich immer, es gibt nur eine Lösung für unsere Schulen. Ich würde als Kultusminister nichts anderes machen, als pro Tag zwei Vorträge in Schulen zu halten und denen erzählen, was es alles für tolle Schulen und für tolle Möglichkeiten gibt. Und dann würde ich dafür sorgen, dass man an den Universitäten des Landes einen neuen Beruf schafft. Den Beruf des Transformations-Scouts für Schulen. Also Leute, die Pädagogik studieren oder Erziehungswissenschaften, von mir aus auch Wirtschaftswissenschaftler, die das mit einem Schwerpunkt auf Pädagogik, dass die ausgebildet werden, Schulen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Sich also nach den Ideen, die man ihnen präsentiert, sich im eigenen Tempo, nach den eigenen Bedürfnissen der Schule, das ist im sozialen Brennpunkt, anders als im Willen vor Ort, selber zu entwickeln. Das wäre eigentlich die Lösung. Und ich könnte mir vorstellen, dass auf die Art und Weise von unten bessere Schulen entstehen, mehr bessere Schulen entstehen. Und egal, wenn die Landesregierung dann wechselt und ich meinen Job verliere, die Schulen bleiben, was sie sind. Eine gute Schule macht so schnell keiner wieder kaputt. Wenn ich aber von oben hingehe und den Schulen sage, ihr müsst, A, B, C, D, E, dann habe ich die Schulen gegen mich und ich erreiche gar nichts. Nochmal zum Thema Digitalisierung, digitale Endgeräte und so weiter. Hendrik Haverkamp, den ich vorhin schon zitiert habe, Deutsch, Sportlehrer, aber vor allen Dingen Koordinator für Digitalität, in Gütersloh tätig, berät viele Schulen, auch in Sachen KI und so weiter, berät auch Bildungsministerien. Ein kluger Mann hat in der Zeit ein interessantes Interview zu dem Thema gegeben, der sagt, wir erleben da gerade, dass eine doppelte Bildungsschere aufgeht. Die guten werden durch KI noch besser und die schlechten werden immer schlechter. Richtig. Siehst du auch so? Ja, ich sehe zum Beispiel, dass an der Uni die guten Studenten besser sind, als wir es waren. Also die besten, die wir damals waren. weil sie natürlich mit der gesamten Informationsfülle des Netzes, die uns ja nicht zur Verfügung stand, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, virtuos umgehen können. Also auf ganz, ganz kurzen Wege zu guten Informationen kommen, Sachen miteinander verknüpfen können im Kopf und so weiter. Also die, die mit den digitalen Tools, nicht nur mit KI, perfekt arbeiten können, die haben natürlich einen großen Vorsprung gegenüber Menschen, die ihre Bildung in der analogen Welt erworben haben, wie das bei mir der Fall war. Auf der anderen Seite, ist das durchschnittliche Textverständnis gesunken. Ja, also auch unter Studenten, die Kulturwissenschaften oder Schwerpunkt Philosophie oder sowas studieren, ist es so, dass man ihnen nicht mehr zumuten kann, einen allzu schwierigen philosophischen Text zu lesen. Und die Anzahl derjenigen, die sagen, ich will den aber verstehen, ja, ich will die Kritik der reinen Vernunft, zumindestens die ersten Kapitel daraus verstehen, das waren schon früher nicht die Mehrheit, aber das werden immer weniger. Also richtig intensive Textarbeit. Dafür sind die Voraussetzungen heute sehr viel schlechter, als sie früher waren. Und da hast du genau die Entwicklung, von der du gerade gesprochen hast. Die Cracks, die das eine und das andere können, also die technischen Tools beherrschen, aber gleichzeitig eben noch diese hohe Sprachkompetenz und so weiter haben. Die können meilenweit durch die Decke gehen, die können auch im Selbststudium viel mehr machen, die brauchen eigentlich gar nicht mehr besonders viele Professoren. aber in der breiten Masse sinkt das Niveau. Und ist es nicht sogar so, das ist auch eine These von ihm, dass man sagen muss, Wissen wird eigentlich eher noch wichtiger in Zukunft, möglichst viel zu wissen, also intrinsisch auch zu wissen, weil du ja den Inhalt, die Arbeit, das, was dir die KI ausspuckt, musst du ja bewerten können. Und wie sollst du das bewerten, wenn du sozusagen die Grundlagen nicht wirklich drauf hast und diese Grundlagen werden dann im Zweifel immer komplexer? Ja, also ich bin ein absoluter Verfechter der These, dass man heute mehr wissen muss als früher, weil wir uns auch in einer immer komplexeren Welt zu finden müssen. Es gibt auf YouTube Vorträge und Interviews mit mir, da steht die Überschrift Vergesst das Wissen, das ist ein Missverständnis. Ich habe nie die Meinung vertreten, dass man in der Schule weniger Wissen erwerben soll, sondern die These ist, man muss deutlich weniger Stoff machen, um nachher mehr zu wissen. Das ist der entscheidende Gedanke. Und dann gibt es ja zwei Arten von Wissen. Also das eine ist das Faktenwissen, was man hat und das andere ist das Orientierungswissen, dass man eben weiß, wie du das gerade sagst, man weiß, wie es steht. Also man weiß, wie man an dieses Wissen, wenn man es braucht, gelangt. Es ist aber so, dass nicht nur das zweite Wissen, dem wir heute mehr Aufmerksamkeit schenken, wichtig ist. Wenn du nicht genug Fundus im Kopf hast, also Reichtum an innerer Welt, dann nützt dir dein Orientierungswissen auch nicht so viel. Ja, das ist schon gut, wenn man ziemlich viel auf der inneren Festplatte hat. Und das wird durch all die technischen Möglichkeiten überhaupt nicht weniger. Und dabei geht es auch nicht nur um Beruf oder um Anpassung an die Gegenwart. Grundsätzlich ist der größte Schatz, den du im Leben erwerben kannst, nicht die 3000 oder 5000 Bücher, die irgendwo im Regal rumstehen oder nicht die ganze Software, die du hast. Der größte Schatz ist das, was dir als ständige Verfügungsmasse im Gehirn bereitsteht. Und das muss nach wie vor ein wichtiges Bildungsziel sein. Henrik Haverkamp sagt auch, wir müssen jetzt wirklich die Schüler und deswegen alles neu denken vorbereiten auf eine Welt, in der es in Zukunft praktisch gar keinen Beruf mehr geben wird. Und wenn ich sage gar keinen, meine ich das auch genauso. Vielleicht weiß ich, wenn du dir Bratwurst brätst, okay, spielt KI nicht die ganz entscheidende Rolle, aber alle anderen Berufe, Handwerksberufe auch und so weiter, das ist alles mittlerweile immer mehr KI getrieben, spielt eine riesige Rolle. Ja, und wir bereiten die Leute sozusagen nicht wirklich auf diese KI-basierte Welt vor. Und der sagt, bei mir in Gütersloh gibt es viele Leute, Projektmanager von Bertelsmann, die sitzen ja da, oder Miele, so Weltkonzerne zum Beispiel, die sagen, niemand außerhalb der Schule würde sich in seinem Büro einschließen, wenn es um eine wichtige Herausforderung geht, und würde sich dann mit Stift und Zettel irgendwo 45 Minuten lang hinsetzen, sich zurückziehen, sondern würde es genau andersrum machen. Er würde sagen, ich würde alle digitalen Möglichkeiten nutzen, die ich habe, ich würde alle Kollegen kontaktieren, wir würden gemeinsam arbeiten, wir würden digital arbeiten und so weiter, wir würden auf alle Unterlagen, die da sind, zugreifen. Das heißt, im Grunde eine komplette Umkehr und Abkehr auch von dem, wie wir im Moment lernen und Wissensvermittlung begreifen. Ja, und auch das knüpft eigentlich an lauter Forderungen an, die Reformpädagogen seit 100 Jahren formulieren. Das ist eigentlich nichts Neues, aber es ist nochmal ausgedrückt, dass gerade der technische Fortschritt uns zwingt, die guten Ideen, die sich Menschen, die sich mit Bildung beschäftigt haben, über ein Jahrhundert angesammelt haben, ausprobiert haben und so weiter zu machen. Wir haben bei uns immer noch so ein altes Schema im Kopf, weißt du, so auf der einen Seite diejenigen, die sagen, Schule muss ganz schwer sein, Elite und so und auf der anderen Seite, die sagen, das andere Bild ist, diejenigen sagen, das Kind muss sich erstmal selber entwickeln, seine Potenziale entdecken und entfalten und so weiter und das wurde früher immer als Widerspruch empfunden. Also das eine, die autoritäre Schule, das andere, die Spielschule und die Wahrheit ist, um den großen Anforderungen des 21. Jahrhunderts wirklich zu genügen, auch um Elite zu sein und auch um gut zu sein und so weiter, brauchen wir das, was wir immer so als Spielschule abqualifiziert haben, nämlich einen sehr, sehr großen Teil an Selbstbefähigung, Kreativität, Selbstmanagement und so weiter. Wir leben nicht mehr in der Arbeitsgesellschaft des 20. Jahrhunderts oder des 19., für die unsere Schulen mal gedacht waren, sondern wir leben in der Sinngesellschaft des 21. Jahrhunderts. KI wird ein ganz wichtiges Tool und ein großer Teil unserer Alltagswelt sein, aber das Wichtigste wird sein, dass man in der Lage ist, sich in sehr komplizierten Umwelten zurechtzufinden und auch in Mitwelten zurechtzufinden, seine Neugier zu bewahren, teamfähig zu sein, zur Selbstkorrektur in der Lage zu sein. Also all diese Fähigkeiten spielen natürlich neben dem Wissen eine sehr große Rolle. Richard, viel gelernt heute von dir. Thema Bildung ist ja so eine Herzensangelegenheit für dich. Dank dir sehr. Hat Spaß gemacht. Schöne Ostern. Mach's gut. Schöne Ostern. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Eine Produktion von M hoch 2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF. M hoch 2 und Potsdam bei OMR und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF. M hoch 2 M hoch 3 und Potsdam bei OMR